So, und damit ein ganz herzliches Willkommen zu einem, ja, Ankündigungsvideo zu dem Livestream, und zwar für den dritten Teil der, ja, Allelienabklappmann auf Hamburg-Affen-City. Na, der kommt dann am 30.12. um 18.30 Uhr, wird er geplant, und, ja, und ich freue mich darauf, und ich hoffe, ihr seid auch wieder da, ähm, jo, in den Kommentaren habt ihr mir geschrieben, dass es wieder ziemlich geil gewesen ist, ähm, Grüße gehen raus an r.v. Punkt, das weiß ich, dass ihr das geschrieben habt, ähm, ja, und dann habe ich noch herausgefunden, äh, oder, er gesagt hat mich, hat mich dann lieber Knolli darauf hingewiesen, schöne Grüße an dich an der Stelle, dass ich die 37 als Kurzläufer gefahren bin. Ich weiß, ich weiß jetzt nicht, ob wir andere Linien auch als Kurzläufer gefahren sind, auf jeden Fall, ähm, das lassen wir dann auch bei, so, wenn das Kurzläufer war, dann bleiben wir dabei jetzt, so, ne, es war auf jeden Fall die Linie. Aber bei der 37, die hat er mir, in der Weise mich drauf hingewiesen, die 37 sind wir, glaube ich, der Schnellbus gewesen, und die Frühjahr nur bis, wir sind ja nur bis zum Hauptbahnhof gefahren. Normalerweise fährt die bis nach Ulsterdorf, das ist nämlich die ganze Linie. Und die fahren wir morgen auch noch mal. Dann fahren wir die morgen als erstes wahrscheinlich. Und ja, die wird dann halt nicht abgezählt. Ne, die bleibt dann, so, ne, die Anzeige bleibt dann erstmal so, wie sie ist, ne, ne, verblieben wir, verblieben wir hier. Naja, war die so gesagt als Sonder, als Sonderlinie noch mal, ne, ab. Und ja, genau, morgen, 18.30, Livestream. Ja, freue mich auf euch, ne, und ich hoffe, ihr erscheint auch wieder zahlreich, ne, wie letztes Mal, es hat echt Spaß gemacht beim letzten Livestream, ne. Und ja, bis zum, bis morgen, ne. Ich wünsche euch noch was, bleibt gesund in der Zeit. Und ja, bis zum Livestream. Ciao, ciao. Ciao, ciao.